der hammer nähert sich schnell zurück zum transportpanzer das ist der hammer das ist der absolute hammer dass der hammer sich oben riva hat verstärkung gebracht da kommen sie aufrücken keine zeit beseitige sie mit einer splittergranate gerne doch das ist schön das ist echt schön ja ich würde gerne werfen ich kann die fähigkeiten ändern also ja ich würde die gerne werfen vielen dank dafür wieso darf ich jetzt die splittergranate nicht werfen die auf fähigkeiten ändern links und rechts drücken mache ich die falsche ausgewählt so jetzt jetzt müssen wir überlegen die haben natürlich jetzt sperrfeuer das heißt gehen wir hier hin wechseln auf die piste werden mal gucken ob wir mit der pistole treffen jawohl sehr schön und mit dios gehen wir hier hin würde ich sagen so mit dios gehen wir jetzt hier hin und werden 90 prozent teilen 50 prozent nehmen die 90 die sache der richtig witzig wibste das ok das heißt wir werden nahkampf gehen hier komme ich ihr penner wir haben noch zwei punkte das heißt wir könnten da ist es die frage gehen wir mal hierhin und wer wäre schon hier aus mit der kniffte kampfunfähig machen okay damit ist jetzt kampfunfähig sehr schön das heißt wir können jetzt mit dios ohne probleme in nahkampf gehen was auch tun werden so ein kleiner schnitt heute nicht mal gehen wir erst mal hier hin zu fuß weiter hey meine freundin der sonne also sind wir das wäre ein anderes tippen was ist der plan hier kann man nicht mal ganz kurz den hammer der morgen würde ausstellen ganz kurz noch also wäre definitiv sehr freundlich weil ich ungern von dem hammer gekitzelt werden möchte eins muss ich preskitt lassen der mann ist gründlich ich habe leider eine ganz schlechte vermutung mit unserem bunker mit unsere ich denke mal es wird eine größere militärbasis von uns gewesen sein da habe ich irgendwie hoffentlich ist der transportpanzer nicht schrott sonst wird es ein langer weg zum punkt da habe ich irgendwie eine schlechte vermutung und wir haben da eine kiste rumliegen habe ich gerade gesehen machen wir uns auf die socken ausrüstungskisten können in missionen gefunden werden begib dich an die schandtut einer kiste um sie einzusammeln zu sammeln und nach der mission kommen die er ist hier gut was auch immer du nicht so schüchtern du hast die ränge im sturm erklommen und endest im fuhrpark wieso um von prescotts missionen weg zu kommen er steht natürlich jetzt total bescheuert das heißt wir werden mit dias die frage mit dios mit der dios show werden wir kann er klettern also wenn ich jetzt sage okay das macht der dann würde ich wirklich sagen dass wir hierhin gehen das klingt nach einem ausgangsloch darauf die maden graben sich bald raus dann sind sie also wieder am start was soviel zu prescotts hammer angriffen ok hier brauche ich meine drei bis hierhin brauchst drei aktionspunkte müssen wir erst mal machen melde mich zum dienst ok da haben wir mindestens noch einen punkt das sehr schön und da werden wir einfach mal hier in die richtung feuerschutz geben die tomaten kommen die maden kommen aber ich weiß bei mir ist fünf ist es so dass man da granaten reinwerfen kann ausgangsloch spawn in jedem zug neue ge okay da kommen locust aus dem untergrund in jedem zug das bedeutet wir müssen jetzt gucken das ausgangsloch das ausgangsloch wenn wir es nicht schließen kriechen noch mehr raus denkst du das ist mein erstes ausgangsloch satschen okay alles was ich natürlich jetzt hier mache löst eine gegnerische reaktion aus einfach aus dem grund auch granate werfen ja ne das ausgangsloch ist dicht ist ist okay mussten wir jetzt müssen wir jetzt einfach mit leben das heißt wir werden wir werden ihn nicht wir werden ihn hier kampfunfähig machen okay und werden mit dem retro lancer würde ich jetzt einfach mal sagen dass wir jetzt hier feuerschutz aktivieren so ja natürlich das problem mit den typen hier noch ne der ist natürlich sehr gefährlich ähm nahkampf bringt uns jetzt absolut nichts aber wenn ich jetzt in nahkampf gehe habe ich natürlich die zwei flauen hier im weg das heißt den kriegen wir denke ich zumindest ne 59 prozent ne wir versuchen es mal okay er liegt liegen heißt leider nicht tot ähm und den versuchen wir mal kampfunfähig zu machen jawoll okay unterbrochen super ähm und dann werden wir einfach hier ne warte mal da mit minlenzer minlenzer werden wir jetzt einfach mal hier so abdecken naja das war mir schon klar okay dass er ihn jetzt natürlich heilt ähm auf die socken okay egal was wir jetzt mit ihnen machen das löst jetzt was aus ne weil er natürlich im sichtfeld ist egal machen wir halt trotzdem jetzt einfach okay das heißt wir könnten nochmal auf ihn ballern so jetzt liegen beide hier werden nachladen und ich würde sogar sagen wir gehen einfach mal hier in nahkampf weil wir können uns ja hier direkt mit verstecken und los geht's wir haben wir direkt hier in die kiste wo wir uns verstecken können und los geht's wir haben wir direkt hier in die kiste wo wir uns verstecken können wenn dann in der nächsten runde feuerschutz gehen ähm okay mit ihm können wir ja in den feuerschutz gehen so ich denke mal es werden noch mehr kommen hier vorsicht heiße maat fels in der brandung oh hier kommt doch nichts okay gut dann können wir jetzt hier in den nahkampf gehen wer sich mit dem bullen einlässt spürt seine herren im schmutzigen nahkampf in bewegung bereit okay einer weniger zwei von vier drei von vier wir haben jetzt vier aktionspunkte ähm das ist die große frage wir werden ihn erstmal hier entschicken und werden von hier aus Feuerschutz machen kann natürlich sein dass sie von oben jetzt kommen was ich jetzt nicht hoffe ja sie kommen genau von der richtung aber das ist doch kacke machen wir ernst wir haben natürlich jetzt gerade den großen Nachteil wir können jetzt keine granate werfen ha ha außer platz gut wir könnten eine platzieren das heißt wir könnten eigentlich hier hin laufen eine platzieren und wieder zurück laufen aber wie viele aktionspunkte bis hier hin ah ne scheiße schaffen wir nicht okay dann stehen wir mal mitten in der granate das ist doof ähm ja das heißt äh ach scheiße ähm geh mal hier hin ja rücke vor das ist glaube ich gar nicht mal schlecht und von hier aus machen wir jetzt erstmal Feuerschutz so bereit ja könnte man eigentlich könnte man beide hierhin stellen würde ich sagen oder ja komm ich wir stellen beide hierhin ich komme jetzt erstmal nur von vorne wir haben ja eine gute Deckung so das heißt wir machen so genau ins Farbenkreuz Abschuss bestätigt oh die kommen übel weiß los geht's ist natürlich der Nachteil der hat jetzt genau beide ne aber ok wie machen wir das jetzt würde ich ihn natürlich jetzt nicht killen aber da hinten ne wir gehen auf ihn ist natürlich doof dass wir jetzt nebeneinander hier stehen ok dann werden wir hier wieder auf Feuerschutz gehen ok da haben wir natürlich das große Problem hier mit dem Kriecher ähm ok sobald wir eine Aktion jetzt starten hm 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 wie machen wir das jetzt ich glaube selbst wenn wir jetzt abhauen ne oder mal selbst wenn wir glaube von hier abhauen obwohl das könnte funktionieren ok das funktioniert gut dann gehen wir hier hin ok und weg mit dir jawohl vorsicht heiße Marde action die Munition geht aus Marde erledigt ok nachladen natürlich ähm wir hatten zwar nur einen Schuss aber ne sicher sicher und hinrichten also also funktioniert was funktioniert nicht im Falle von Deckung hä alles klar gehen wir hier hin ja ja rücke vor dachte ich mir ok ähm wunderbar ich denke mal von hier oben wird jetzt nichts mehr kommen ne ich glaube mal das war es jetzt hier oben jetzt müssen wir uns was ein ich guck mal ganz kurz ob wir hier irgendwie ok verstehe jetzt gerade nicht so ganz die taktische Karte die jetzt also keine Stadion also keine Stadion also man kann ok ähm natürlich zu weit das heißt wir kommen wie weit kommen wir und wie weit wird man kommen ähm na gut können wir jetzt gerade nicht anders machen ähm bis hier hin aber warte mal ok wir haben hier unten jetzt absolut keine Deckung ne das ist richtig 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 doof wunderbar haben wir die erste Mission erfolgreich überstanden ähm passive Fähigkeitsstecher ja moin ok Genauigkeitsbonus kritischer Schaden kürte 10 Gegner ähm ok damit damit sehen wir uns in der nächsten Aufnahme sein Haut rein ich will nur mal ganz kurz jetzt mal wissen ob wir ähm ne Dings bekommen also ne ne ich würde gerne die Kiste öffnen wäre ganz schön aber können wir glaube ich jetzt noch nie machen ok ok sieh dich um Dias es ist noch Krieg und wegen Preskitts Mission diese Made sie heißt Ukon Spaß dir ich repariere Dinge mehr nicht Scheiße der Bunker das war halt so klar Scheiße das war nicht der Hammer nein war es nicht das war Ukon gut wir müssen uns um Ukon kümmern definitiv da haben wir einen neuen Gegner gefunden das ist ja unsere Secret Mission denke ich mal Ukon zu vernichten Für dieses Drecksloch hast du also dein Kommando hergegeben funktioniert wenigstens das Funkgerät ich hoffe nicht Leitonant Colonel Dias es ist lange her Ich bin jetzt Sergeant-Vorsitzender. Ich hoffe, das war's wert, dem Hammer auszuweichen. Tja, nun. Glücklicherweise hat deine Zeit im Fuhrpark dich nicht einrosten lassen. Öffne ihn. Das sind die einzig bekannten Fotos des Locust namens Ukon, der Genetiker des Feindes. Ein Monster, das Monster erschafft. Korpser, Rumex, sein Werk. Also fast die Menschen. Ich habe kein Kommando mehr. Nicht nach Gertka Ridge. Schmollen ändert rein gar nichts dirs. Willst du heute Leben retten, dann verschwende nicht dein taktisches Talent und schalte Ukon aus, bevor er etwas noch Schlimmeres erschafft. Ich kann dir nicht viel geben. Keine Truppen, keinen Nachschub. Moment. Wenn die Marde wirklich so gefährlich ist, brauche ich Ausrüstung. Soldaten. Eine Armee. Du warst immer erfinderisch. Rekrutiere alle Gears, die du findest, und mach das Beste daraus. Und wegen des Zwischenfalls in Gertka. Reiß dich diesmal zusammen. Wie herzzerreißend. Wenn wir das tun, arbeitest du für mich, nicht Prescott. Verstanden? Du bist der Boss. Schrauberjunge. Na. Komm schon. Suchen wir ein paar Gears. Redborn. Ich glaube, der liebe Redborn. Wird, glaube ich, sehr schwierig mit ihnen. Ich bin wirklich gespannt, ob sich mit ihnen eine gute Bindung aufbaut. Muss ich echt sagen. Bin ich wirklich gespannt. Muss ich, muss ich, muss ich, muss ich, muss ich sagen. Okay. Eine Kiste. Die werden wir jetzt mal öffnen. Stächer haben wir bekommen. Eine passive Fähigkeit. Wenn diese Einheit die Schussfähigkeit einsetzt, erhält sie eine Chance. In Höhe von 5% erneut das Feuer auf. Dasselbe Ziel zu eröffnen. Was gar nicht mal so schlecht ist, muss ich sagen. Okay. Gehen wir mal kurz in die Kaserne. Okay. Wir sind, guck mal, wir sind Sanitäter. Ich denke mal, als Sanitäter werden wir ja irgendwann auch, ähm... Ah, okay, dafür... Warte mal, warte mal. Oh, alter, was man hier alles machen kann. Krass, ist ja richtig cool. Warte mal. Wenn ich das jetzt wechsle, zu Expertenmagazin, hier steht aber 1 von 1, bedeutet, dass ich habe jetzt nur einen Schuss und muss nach einem Schuss immer nachladen, aber bedeutet das, ich habe es nur einmal. Ach, da, 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 und steht Munition. Viermal. Okay, wird dann. Okay, hier haben wir noch nichts. Hier haben wir was. Ähm... Äh, wenn diese Einheit die Schussfähigkeit einsetzt, erhält sie eine Chance von der Hörerwohnung. Okay, das ist ja das. Okay. Ja, äh, den Lauf machen wir natürlich dran. Eine... Echt jetzt? Okay, das ist cool. Ah, das machen wir jetzt irgendwie, äh, machen wir jetzt noch nie, weil ich irgendwie, äh, das Gefühl habe, dass wir den Lenzer relativ schnell, ähm, austauschen werden. Oh, das kann natürlich auch eine Standardwaffe sein. Ist ja eigentlich auch die Standardwaffe, ne? Okay, wir gucken mal, was hier so schön ist. Zwei neue Fähigkeiten verfügbar. Okay, hier haben wir den Fähigkeitenbaum. Dann gucken wir mal. Ein verbündeter Entdeckung erhält 40% Chance auf Ausweichen. Das ist gar nicht mal so... Das Ziel darf in, äh, diesem Zug keine, äh, Aktion ausführen. Das ist natürlich ein bisschen, naja. Gegner in Umkreis von 10 Metern können aus Deckung hervor und... Was? Kommen aus Deckung hervor und, äh, werden unterbrochen. Hm. Das haben wir hier. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Okay, ich glaube, wir gehen in die Richtung. Und... Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich glaube, das ist ein Nehmer. Okay, dann gucken wir mal ganz kurz... In die Kaserne. Ähm. Ich glaube, wir brauchen das erstmal nicht lesen. Wir sehen ja hier unten und sowas, ähm, dass sich da alles verbessert. Äh, das ist wie immer nur die Farbe. Ja, und damit sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Ich bin mega gespannt, wie es weitergeht. Muss ich ganz ehrlich sagen, richtig gespannt. Haut rein und tschüss. 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 Vielen Dank.